Es gibt wohl kein ansteckenderes Lachen als das Lachen eines unbeschwerten Kindes. Wenn Kinder krank werden, fällt das Lachen schwer. Schmerz, Sorgen und Ängste überschatten alles. Es ist eine schwere Zeit für die ganze Familie. Die Clown-Doktoren bringen wertvolle Momente der Fröhlichkeit und Leichtigkeit in diese schwere Zeit. Sie lenken ab, lindern und schenken neue Kraft. Damit übernehmen Sie eine extrem intensive Aufgabe, fachlich und auch emotional. Gerne möchte ich den diesjährigen Tag der Clown-Doktoren nutzen, um Ihnen allen von Herzen Danke zu sagen. Es ist wirklich beeindruckend, was Sie leisten. Ihre Arbeit ist so wichtig für die kleinen Patientinnen und Patienten und Ihre Familien und auch für unsere Gesellschaft. Denn mit Ihrem Einsatz stärken Sie auch die Werte, die uns allen wichtig sind, wie Mitgefühl, Respekt und Hilfsbereitschaft.